Hm, das ist wirklich beeindruckend. Ich bin nicht mehr da noch herrlich. Dann geh jetzt zu den Kissen. Komm, zu den Kissen. Jetzt komm schon, bitte. Komm ins Bett, es ist so schön warm hier. Nein, ich muss wirklich weg. Ah, scheiße, ich muss da rangehen. Wie lange bist du weg? Ich weiß nicht, vielleicht ein paar Tage? Wiedersehen, Gloria. Wiedersehen und gute Reise. Ich hab dich lieb. Das, mein Freund, ist für dich. Um all diese Verträge zu unterschreiben. Und weißt du, was das weiße Zeug da ist? Mammut, der edelste Stift der Welt. 3.000 Dollar. Wir haben einen kleinen Jungen. 11 Jahre alt. Mehrere Stichwunden an Bauch und Händen. Auf drei. Eins, zwei, drei. Ich hab das Gefühl, dass ich nur noch arbeite, arbeite, arbeite. Als wäre ich nie zu Hause. Ich fühl mich nutzlos. Ich komm mir langsam vor wie eine Rabenmutter. Wir fangen mit diesem Klub hier an. Dann ziehen wir weiter durch die ganzen kleinen Dinger. Es wird immer später und später und dann sitzt du so da. Ich mach mir nichts aus Clubs. Nichts aus Clubs? Erzählen Sie mir von Ihren Jungs. Wie geht's Ihnen denn? Beiden geht es gut. Komm doch nach Hause. Ich hab dich doch so lieb, mein Großer, mein Herz. Dr. Vidalis? Sie müssen zu Hause anrufen. Ihre Tochter. Sie hat schon mehrmals angerufen. Wieso? Ist was mit ihr? Willst du Funtime haben? Ich will Spaß haben. Och, Leute? Suk Gaben. Karin? Untertitelung des ZDF, 2020